Oh, Netzroller. Wiederholung. Wie ihr wollt. Wir machen weiter. Boah, der ist im Haus. Okay, doch Wiederholung. Das ist ärgerlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind heute wieder in Leipzig mit Marcel Halstenberg. Und heute gibt es Teil 2 und ich würde sagen, du zeigst mir jetzt einfach mal deinen besten Trick. Hau mal raus, was du drauf hast. Dann legen wir direkt los. Was Kleines, kein großer Techniker. Machst du das Ganze öfters oder wo hast du den her? Früher in der Kindheit mal geübt, aber wie gesagt, auf dem Platz braucht man den Trick nicht. Sehr geradliniger Spieler, von daher. Du bist ja auch Verteidiger, da braucht man die Tricks jetzt auch nicht so. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Challenge. So, ab geht's in die nächste Challenge und du siehst es schon. Fußball Tennis spielen wir heute, ich zusammen mit Loris gegen dich. Das heißt 2 gegen 1, damit wir auch noch mal eine kleine Chance haben. Und ja, ich würde sagen, im Team drei Kontakte. Du hast natürlich alleine drei Kontakte und wer als erstes fünf Punkte hat, gewinnt. Du kennst es aus dem Training vielleicht. Vielleicht hast du dadurch einen Vorteil. Gut, viel Glück. Ja, dir auch. Hey, war der Maus? Sicher? 1-0 für uns, würde ich sagen. Und ich sag nur, du hast ein Vorteil, wenn du einen Schuss hast. Okay. Schön mittig gespielt, zu lang. Okay, schau ich mal. Gleich vorne einen Block holen. Mal gucken, ob es besser hinkriegt. Nicht, dass ich abschieße. Ja, der sagt schon besser aus. 2-0. Fang du mal an jetzt hier. Bisschen Abwechslung. Oh, Netzroller. Wiederholung. Ja. Wie ihr wollt. Wir machen weiter. Der ist im Mord. Okay, doch Wiederholung. Was war das denn? 2-1. Du kommst langsam ran. Jetzt habe ich. Ja. Das ist so weit. Was geht. So. Guck mal. Oh, der ist wieder weg. Wäre eine schöne Kombi gewesen. Ja, klar. Egal. Läuft noch nicht so. Komm, müssen wir Gas geben. Wir sind nicht eingespielt. Bereit? Ja. Oh, zweimal aufgekommen. Ja, also. 3-2. Ja. Nicht aufgepasst. Egal. Unkonzentriert gewesen. Ach, das wird. Erstmal Vorsprung geben und dann. Komm, der ist drin. Hast du? Ja, nochmal. Ja, schön. Schade, schade. Guter Block. Ich wollte ihn direkt nehmen. 4-2. Gut aufgeholt. Ey, nach 2-0 Führung. Was machen? Jetzt sind wir warm. Ein Punkt noch. Ein bisschen Druck. Dann war es das. Okay, komm. Wir dürfen jetzt nicht mehr fahren. Raum hast du? Schön. Raum rein. Ach. Nach hinten. Oh. War der aus? Linie? Nee, der war noch drin. Ja, ja, ja. Okay, komm, bleib vorne. Aus. 4-3. 4-3. Liegt der Druck auf mir, ne? Nee. Oh, du sagst es. Oh. Das ist ärgerlich. Oh mein Gott. Ich hätte es euch gegönnt. Wiederholung. Muss kein Dropcut sein, oder? Musst du nicht. Ja, der war gut. Komm, komm, komm. Untergrenzen. Hast du. Nochmal rein. Schön. Pass auf, wenn er langt. Ich bin hinten. Hast du? Ja. Nochmal. Ah. Schön. Und schön lang. Komm, komm, komm. Oh. Nein! Nein! Die sind gefährlich, aber die sind nicht schlecht. Okay. Schön auf den Mann hauen. 5-3. Ich sag, das Spiel. Ich hab zweimal versucht zu kontern, hat nicht ganz geklappt. Das heißt, wieder mal der Sieg für dich. Jawoll. So, wir kommen zur letzten Challenge, und zwar die Kickbox. Erster Versuch. Vielleicht direkt beim ersten. Schauen wir mal. Ah. Ja, okay. Die Richtung stimmt schon mal. Aber ein bisschen mehr noch nach hinten. So, weiter geht's. Oh, der ist gut. Ah. Aber der war schon mal perfekt. Ein bisschen höher noch. Dann triffst du beim nächsten Mal. Ah, der war ganz schlecht. Vielleicht jetzt. Oh, der ist gerade zugegangen. Ach. Hättest du Pech gehabt, wäre der jetzt vielleicht nicht reingegangen, weil der gerade zugegangen ist. Aber ich war eh nicht drin. Okay, nächster Versuch. Na komm. Der war genau bei mir in die Hand. Auch nicht schlecht. Der Wind ist natürlich auch. Aber ich weiß nicht, ob das deine Ausrede hinterher sein wird, dass der Wind hier zu stark ist. Platzfehle. Muss mit einbrechen im Wind. Na komm. Aber das war nicht der Wind schuld. Das konnte ja wirklich sein. Mit einem Aufdotzen. Das ist aber möglich. Ja, du kannst ihn auch einmal auftitschen lassen. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt leichter ist. Oh, oder doch. Ist leichter. Ich muss sagen, du hast dich echt richtig gut geschlagen. Und ja, danke, dass du dabei warst. Und abonniert natürlich noch die Kickbox, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Like da. Und schreibt in die Kommentare, welchen Fußball ihr als nächstes sehen wollt. Und natürlich auch nicht vergessen, auf Instagram, at die Kickbox. Gerne abchecken. Danke, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.